Ich habe es verstanden. Danke, danke. Ja, ja, ich habe es verstanden. Danke, danke. Du hast viele Kameras hier. Ja. Ja, danke. Die zwei Städte, die wir sitzen haben und die Kallenberg, die du gesehen hast, das sind die letzten Hände der Alpine-Range. Nach 300 Metern rechts abbiegen und danach den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrtwelle. Jetzt sehen Sie, wie das Territory, wie es auf und auf geht, in der pre-Alpine-Region, wo wir gehen. Jetzt rechts abbiegen. Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Dann machen die Riesenverkehr. Ja. Die sind jetzt von der U-Kindern. Sie sind jetzt von der zweiten Ausfahrt verlassen. Das ist jetzt von der ersten Ausfahrt verlassen. Und dann werden sie alle diese Abbicke verbinden, um die Ausfahrt verlassen. Und dann bekommen sie von der Uni.